Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit der lieben Stella. Und heute gibt es eine neue Frisur für sie und zwar werde ich eine Glitzer-Trend-Frisur mit ihr testen. Ich habe hier Nagellack und ich habe auch blauen Glitzer und vielleicht habt ihr auch schon Fotos oder Videos von dieser Frisur gesehen. Dabei wird die Frisur mit Glitzer verziert. Stella hat jetzt hier leider keinen Mittelscheitel, deswegen kommt überall bei Stella Glitzer hin. Bei Playmobil-Figuren kann man es natürlich immer noch ein bisschen mehr übertreiben und das Praktische ist, man kann die Haare natürlich auch abnehmen, auswechseln und auch dekorieren, ohne dass sie auf den Playmobil-Figuren drauf sind. Ich nehme erstmal Stellas Frisur hier ab und werde sie einmal mit durchsichtigem Nagellack einpinseln. Und jetzt kommt der Glitzer gleich dazu. Den restlichen Glitzer habe ich wieder in das Döschen hineingefüllt und die Frisur lasse ich jetzt einmal gut durchtrocknen. Anschließend setze ich Stella die Frisur wieder auf. Und es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Look geworden. Richtig schön glitzerig. Man sieht, dass blond noch so ein bisschen durchscheinen. Sehr cool. Und ich hoffe, euch hat die Idee und das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Ich bin natürlich gespannt, was ihr zu Stellas neuem Look sagt. Wie findet ihr diesen Frisurentrend? Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!